das Abendmahl zusammen feiern. Wir sind im zweiten Buch Mose am Ende der Rechtsvorschriften, der ersten Gruppe von Gesetzen und Geboten, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat am Berg Sinai. Wir befinden uns hier am Schluss. Es sind solche Schlussworte. Es geht im Grunde um die Zukunft, um die nähere Zukunft. Das eine ist, dass Gott das Leben seines Volkes ordnet mit den Ordnungen und Rechtsbestimmungen. Anhand ausgehend von den zehn Worten gibt er den Richtern und dem Volk schon Klarheit und Ausrichtung in vielen verschiedenen einzelnen Fällen des Lebens. Er ordnet auch den Gottesdienst und die Feste und dann spricht er von der nahen Zukunft, nämlich diesen Schritt, den sie jetzt gehen sollen als Volk, als Volk Gottes. Gott möchte nicht, dass sie in der Wüste bleiben, sondern dass sie in das Land einziehen, was Gott ihnen bestimmt hat. Geschwister, und das ist auch für uns so. Gott hat ein Land für uns bestimmt. Und dieses Land, von dem wir dann lesen werden, in der Zukunft auch, wenn wir weiter durch die Bibel hier hindurch gehen und durch den Weg des Volkes Israel, dann ist dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, ist nicht das ewige Reich Gottes, sondern es ist ein Leben, in dem immer noch Kampf stattfindet. Das Volk Israel ist in dieses Land eingezogen und musste kämpfen. Es musste Schlachten schlagen. Es ist noch nicht die Zeit, wo der Kampf vorbei ist, wo der Kampf entschieden ist, sondern es ist eine Zeit des Kampfes. So ist es also nicht, wenn wir über den Jordan gehen, wie man das im Deutschen so schön sagt. Wenn wir sterben, dann gehen wir über den Jordan und sind dann im gelobten Land. Nein, Gott hat dieses gelobte Land jetzt schon für uns hier. Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Wisst ihr, das ist das Land, von dem Paulus in Römer 8 spricht. Ein Leben unter der Herrschaft und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden sehen, dass das Volk Israel davor zurückschreckt, in dieses Land einzuziehen. Er ist nicht bereit, diesen Schritt im Glauben zu gehen. Was ist die Folge davon, von dieser sehr fleischlichen Entscheidung? Ein langer Wandel im Fleisch. Ein langer Weg durch die Wüste. Immer und immer wieder hin und her geworfen. So wie Paulus es beschreibt in Römer 7. Das fleischliche Leben. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Gott will uns aber durch seinen Geist befähigen, ein Leben zu führen, wo wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde stehen, sondern dass wir frei sind. Befreite Kinder Gottes. In der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, dass wir uns dann jeden Tag stark fühlen. Ich stehe morgens auf und denke so, oh, ich habe Kraft. Die Kraft des Herrn ist mit mir. Ich stehe auf und nichts tut weh. Und ich freue mich. Und bin fröhlich. Das heißt das nicht. Wir haben da völlig falsche Vorstellungen. Es bedeutet aber, dass mich die Kraft des Geistes treibt. Der Geist Gottes treibt mich. Er treibt mich an. Auch in Schmerzen. Auch in Müdigkeit und Lustlosigkeit. Er treibt mich. Und er führt mich in die Nähe. Immer wieder in die Nähe meines Herrn. Er führt mich dahin, dass ich bei ihm Kraft schöpfe, Kraft tanke. Neuen Mut, neue Ermutigung. Und so in meinen Tag hineingehe. Und durch meinen Tag hindurchgehe. Das ist das Leben im verheißenen Land. Gott hat uns seinen Geist verheißen. Er möchte, dass wir in der Kraft des Geistes leben. Und in dem Segen, den das für uns bedeutet. Aber dazu gehört eine Grundentscheidung. Eine grundsätzliche Entscheidung. Die eigentlich jeder Christ, der ernsthaft Christ geworden ist. Der ernsthaft ein Kind Gottes geworden ist durch die Bekehrung. Ein Schritt, den jeder Christ eigentlich gemacht hat. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann solltest du es heute tun. Und wenn du es gemacht hast, aber ein Stück weit verloren hast. Wisst ihr, diese Entscheidung ist nicht eine Entscheidung, die wir einmal treffen und dann ist gut. Sondern das ist eine Entscheidung, in der wir wandeln müssen. Ich habe mich einmal entschieden, meine Frau zu heiraten, okay? Sie ist meine Frau. Aber ob sie wirklich meine Frau ist, das entscheidet sich daran, wie ich tagtäglich mit ihr lebe. Und so ist es auch mit Jesus. Er ist unser Herr. Aber ob er wirklich unser Herr ist, zeigt sich in unserem täglichen Wandel mit ihm. Und da gehen wir jetzt hinein, hier in 2. Mose 23. Und ich lese ab Vers 23. Wir hatten uns schon mit dem Engel befasst, der vor dem Volk Israel hergeht, um sie den Weg zu führen und um sie in das neue Land zu führen. Wir machen jetzt hier weiter. Denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern. Und ich werde sie austilgen. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Und du sollst nicht nach ihren Taten tun, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmen. Was sagt Gott hier? Er sagt, dieses Land ist besetzt von Völkern, von den kananitischen Völkern hier. Sechs werden genannt. Und er sagt, ich will sie austilgen. Warum will Gott sie austilgen? Das ist Gottes Sache mit diesen Völkern. Manchmal hören wir und lesen wir diese Dinge, die Gott über diese Völker sagt und sind erschrocken und denken, boah, das klingt aber heftig und hart. Aber Gott macht uns deutlich, es ist sein Weg mit diesen Völkern. Wir lesen das in 3. Mose 18. Da lesen wir eine lange Liste von Dingen, die Gottes Volk nicht tun soll, in welchen Sünden sie nicht leben sollen, weil er sagt, sie, die Völker, die in diesem Land gelebt haben oder in diesem Land leben, sie haben alle diese Dinge getan. Das sind Gräuel für mich. Und in 18 Vers 24 sagt er, macht euch nicht unrein durch all dieses, denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertreibe. Und das Land wurde unrein gemacht und ich suchte seine Schuld an ihm heim und das Land spie seine Bewohner aus. Also Gott übt Gericht an diesen Völkern, um der Schuld willen, mit der sie schuldig geworden sind, vor ihrem Schöpfer. Und das ist der Grund, warum Gott diese Völker aus diesem Land ausgetrieben hat, weil sie schuldig vor Gott geworden sind. Das ist ihr Gericht. Und Gott hat ihnen viel Zeit gegeben. Das Volk Israel ist ja ausgewandert. Abraham ist ausgewandert, beziehungsweise Jakob dann. Jakob und seine Nachkommen, sie sind ausgewandert nach Ägypten. Und so waren sie über 400 Jahre, glaube ich, in dem Land Ägypten. Und die Völker haben 400 Jahre in diesem Land gelebt und ihre Sünden ausgeübt. Ihr Leben so geordnet, wie es Gott ein Gräuel ist und haben so gelebt. Und Gott hat gesagt, jetzt ist der Schlussstrich erreicht. Es gibt bei Gott tatsächlich einen Schlussstrich. Der ist oft viel weiter hinten als bei uns. Das Ende der Fahnenstange ist bei uns oft sehr schnell erreicht. Wenn uns irgendwer auf den Senkel geht, dann sagen wir, jetzt ist aber Schluss. Als Eltern mit unseren Kindern. Jetzt ist aber Schluss. Aber auch mit verschiedenen Personen. Wir sagen dann, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist genug. Und Gott hat einen langen Atem. Er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er gibt den Menschen viel Zeit. Aber irgendwann ist tatsächlich der Tag des Gerichts gekommen. Es wird auch irgendwann der Tag des Gerichts kommen. Wo es Gott genug ist mit all der Sünde auf diesem Planeten. Und dann wird er ein Ende machen. Und so war es für diese Völker in diesem Land ein Gericht in ihrer Zeit. So wie es für Sodom und Gomorra ein Ende gab. So gibt es hier für diese Völker ein Ende. Und das ist gleichzeitig der Moment, wo das Volk Gottes hineinziehen kann. Und das verheißene Land einnehmen kann. Aber Gott sagt hier ganz klar, es gibt eine große Gefahr in diesem ganzen Weg, den ihr jetzt geht. In dieses neue Land hinein. Und das ist, wenn ihr das übernehmt, worin diese Menschen gelebt haben. Wenn ihr in diese Sünde hineingeht, deswegen sollt ihr ganz radikal sein. Reißt ihre Altäre nieder und ihre Gedenksteine zertrümmert völlig. Du sollst dich nicht vor ihren Göttern niederwerfen und ihnen nicht dienen. Paulus wird sagen, es gibt keine Götter. Deswegen brauchen wir keine Angst vor irgendwelchen Göttern zu haben. Es gibt keine Götter. Es gibt nur einen Gott. Einen Schöpfer, einen Herrn über die ganze Schöpfung. Es gibt keine Götter. Wir brauchen keine Angst vor Göttern zu haben. Wir brauchen keine Angst vor den geistlichen Mächten zu haben. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir geborgen und völlig unter dem Schutz Gottes. Keine Angst. Aber Paulus warnt auch und sagt, hey, das was die Menschen machen in ihrem Götzendienst, das ist durchaus etwas Geistliches und hat geistliche Kraft. Da stecken nämlich Dämonen hinter. Die geistliche Macht ausüben. Deswegen dient ihren Göttern nicht. Warum nicht? Weil es Dämonen sind. Böse Geister, böse Mächte. Dient ihnen nicht. Sondern, Vers 25, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, dienen. Und das fand ich interessant. Es wird erst gesagt, diene diesen Göttern nicht, aber dem Herrn, deinen Gott, sollst du dienen. Und dann fiel mir dieses alte Lied ein, von Bob Dylan. Du musst jemandem dienen. Du musst jemandem dienen. Dann zählt er all die Menschen auf. Egal, was du hast, was du bist, wer du bist, was du für Fähigkeiten hast, was du für Macht hast. Wie du dein Leben zu gestalten denkst. Ob du arm bist oder reich. Du musst einem Herrn dienen. Und Gott stellt seinem Volk hier diese Entscheidung. Er sagt, hey, es gibt zwei Wege, sein Leben zu leben. Einmal gibt es die Möglichkeit, diesen Göttern zu dienen, dich vor ihnen niederwerfen und nach den Taten tun von den Menschen, die das getan haben, die diese Götter als ihren Herrn anerkannt haben. Und das heißt es, einen Gott haben, sagt Luther. Etwas, wo ich meine Hilfe suche, meinen Schutz, meine Geborgenheit. Wo ich meinen Rat suche, wo ich mich ausstrecke, dem ich diene. Wer ist nun mein Gott? Gott sagt zu Mose, du sollst diesem Volk sagen, du sollst dich nicht vor ihren Göttern niederwerfen, vor den Göttern dieser Menschen. Sondern suche dein Heil in deinem Gott, der dich erlöst hat und der dir wunderbare Ordnungen gegeben hat. Wisst ihr, und das ist das. Wisst ihr, diese Ordnungen, die sind bis heute aktuell. Und sie werden bis heute hin von vielen Menschen respektiert, geachtet. Und Menschen strecken sich danach aus, diese Ordnungen zu halten. Was ist aber mit den Ordnungen der Götter, der Amoriter? Wer sind denn diese Götter? Kennst du einen von denen noch? Gibt es nicht mehr. Aber es gibt andere Götter. Es tauchen immer wieder neue Götter auf. Indien gibt es ja immer wieder neuen Gott. Ständig wächst die Zahl der Götter. Immer und immer weiter. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausende es schon gibt. Ja, kann sein. Jeder hat seinen eigenen Gott. Im Westen ist es so, da haben wir nicht die Götter, dann sind wir Atheisten, da ist jeder sein eigener Gott. Ich habe dann nochmal gelesen, als dieses Lied rauskam von Bob Dylan, 1979, hat John Lennon sich einen Jux draus gemacht und hat gesagt, ja, you're gonna serve somebody, serve yourself. Ein Jahr später stand er vor seinem Richter. Ja, Stefan muss es hier nochmal einspielen. Ja, ja, machen wir nachher. Aber Dylan ist auch nicht treu geblieben, so wie das Volk Israel. Und er ist Jude. Und er ist immer noch irgendwie auf der Suche. Und er lebt noch. Wir können noch für ihn beten. Wir können ihn noch für ihn beten. Er singt das Lied wieder seit zwei Jahren auf Konzerten. Nach langer Zeit, wo er es nicht gesungen hat. Ja, beten wir dafür, dass er erkennt wirklich, dass er einen guten Herrn hat, der für ihn gestorben ist, um ihn zu erlösen, um ihn zu erretten, um ihn, ja, freizumachen. Und das ist es. Die Götter, wie gesagt, die Dämonen, die unterjochen Menschen, die versklaven Menschen. Wenn du aber dem wahren Herrn dienst, dann ist das keine Sklaverei, sondern da ist es Freiheit. Das ist das Wunderbare. Der Dienst für den Herrn ist Freiheit. Das wahre Freiheit. Warum? Weil wir von diesem Herrn geschaffen worden sind, weil wir seine Kinder sind. Wir dienen nicht wie Sklaven, sondern wir dienen wie Kinder im Haus unseres Vaters. Mit ihm zusammen, denn er ist der erste Diener. Und er hat uns gedient, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Wir dienen nicht einem Dispoten, der sich die Füße küssen lässt, sondern wir dienen einem Diener. Ihr sollt dem Herrn dienen. Wisst ihr, Geschwister, Christ sein bedeutet, Gott zu dienen. Ist uns das bewusst? Ist uns das klar? Lass uns mal gucken hier in Galater 4, Vers 8, was Paulus sagt. Galater 4, Vers 8. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet. Kannst du dich daran erinnern, an den Tag, an die Zeit, wo du Gott noch nicht wirklich kanntest? Du hattest zwar das Wort Gott gehört, du hast vielleicht davon gehört, dass er wohl irgendwie die Welt geschaffen haben soll. Vielleicht hast du das sogar irgendwie auch geglaubt. Aber richtig kennen dadurch, dass du Jesus als den Sohn Gottes kennengelernt, erkannt hast, die Liebe Gottes in Christus erkannt hast, erkannt hast, dass er der heilige Gott ist, der sich selbst hingibt für uns Sünder, als du erkannt hast, wer Gott ist, wer du bist und wie sehr er dich liebt. Als du das erkannt hast, das meint Paulus hier, als du Gott noch nicht kanntest, als Gott noch der unbekannte Gott für dich war, da dientest du nicht dem wahren lebendigen Gott, sondern anderen Göttern, denen, die eigentlich gar keine Götter sind, wie Paulus sagt. Kannst du dich erinnern, wem du gedient hast? Welchen Göttern du gedient hast? Ich weiß es noch. Dem Gott, der Selbstsucht, dem Gott der Anerkennung, der Ehre, dem Gott der Befriedigung, der eigenen Lüste. Ich musste diesen Göttern dienen. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt in Jesus Christus. Ihr habt den wahren, lebendigen Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Denn Gott ist nicht irgendwie ein Objekt, was ich erkenne, sondern er ist ein Subjekt. Derjenige, der mir gegenüber ist, der so ist wie ich. Nein, er ist noch viel größer, viel herrlicher. Er ist vor mir gewesen. Ich bin noch längst nach ihm. Er hat mich erkannt und dadurch habe ich ihn erkannt. Er ist in mein Leben gekommen und hat mich freigemacht aus der Sklaverei von diesen Göttern. So hat er Israel befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Und es war nicht nur eine Sklaverei unter dem Pharao und unter den Ägyptern. Nein, dieser Pharao war bestimmt von einer Religion. Und diese Religion hat das Denken und Handeln Pharaos und der Ägypter bestimmt. Und dadurch waren sie versklavt, nicht nur unter den Pharao, sondern auch unter die Götter Ägyptens. Und das Strafgericht an Ägypten ist ein Strafgericht an den Göttern Ägyptens. So sagt es Mose. Er richtet die Götter Ägyptens Ägyptens in dem Plagen. Und macht deutlich, wer der wahre einzige Gott ist. Und Paulus sagt hier, wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? So sagt es Gott zum Volk Israel. Macht das nicht, wendet euch nicht diesen Göttern zu, von diesen Völkern, die um ihrer Sünde willen, die sie getrieben haben, aufgrund des Einflusses dieser Götter in ihrem Leben, aus diesem Grund habe ich sie hinausgetrieben, habe ich sie ausgetrieben, habe ich sie gerichtet. Wendet euch nicht diesen Göttern. Ihr kennt den wahren Gott, den einzigen Gott, und das sagt Paulus hier zu uns. Er sagt zu uns, du kennst Gott, Gott hat dich erkannt und dadurch hast du ihn erkannt. Du kennst den einzig wahren Gott. Wende dich nicht wieder diesen schwachen Elementen zu. Erste Thessalonicher 1 Vers 9 Er blickt zurück auf das, was geschehen ist am Anfang, als er das Evangelium in Thessalonich verkündet hat und sagt, überall wo wir hinkommen, erzählen die Leute von euch. Sie erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch dann von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Dem Lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Ihr habt euch bekehrt von den Götzen zum lebendigen Gott. Gott, was heißt das? Nicht nur, dass ihr eine neue Erkenntnis habt, sondern ihr dient einem anderen Herrn. Ihr habt einen anderen Herrn empfangen. Der alte Herr, der Sklaventreiber ist euch genommen worden. Halleluja! Aber ihr habt einen neuen Herrn empfangen, den wahren lebendigen Gott. Ihm dient er jetzt. Das ist eure Bekehrung, dass ihr umgekehrt seid, um jetzt Gott zu dienen. Titus 3 Da zeigt uns Paulus nochmal, dass mit diesen Göttern oder Götzen nicht einfach nur irgendwelche hinduistischen Gottheiten gemeint sind. Er sagt hier, einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten. Titus 3 Vers 3 3 Vers 3 Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid verhasst einander hassend. Und dann kommt dieser wunderbare Vers, als dann aber die Menschenliebe und Güte unseres Rettergottes erschien, rettete er uns. Er hat uns da rausgeholt. Sodass wir nicht mehr diesen Lüsten dienen, diesen Götzen dienen, sondern dass wir befreit sind davon. Und jetzt lass uns noch mal Römer 14 aufschlagen, noch ein bisschen wieder vor. Bleiben wir hier mal kurz bei Paulus im Römerbrief Kapitel 14. Vers 7. Paulus sagt, keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Was meint er damit? Wenn er von uns spricht, meint er die Christen, die Gläubigen. Er meint uns. Keiner von uns stirbt, lebt sich selbst. Heißt, wir leben nicht unser Leben in Selbstsucht, auf uns selbst bezogen. Wir sterben auch nicht selbstsüchtig, auf uns selbst bezogen. Denn sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Wir gehören dem Herrn. Und hier wird das Wort Kyrios benutzt. Und das Wort Kyrios ist einerseits das Wort Herr sozusagen als Übersetzung des Wortes Yahweh, des Namens Gottes. Aber es hat auch eine Bedeutung. Es bedeutet tatsächlich ein Herr über einen Sklaven, über einen Diener. Einer, der Herrschaft hat, der Autorität hat. Also Paulus sagt, du gehörst nicht mehr dir selber. Du hast dir vorher auch nicht selbst gehört, nur hast du gedacht, dass du dir selbst gehört hast. Aber jetzt gehörst du, obwohl du befreit bist, obwohl du frei bist, gehörst du dir doch nicht selbst. Denn die Freiheit besteht darin, dass du nicht mehr dir selbst gehören willst. Dass du weißt, ich bin der schlechteste Herr meines Lebens. Es gibt einen, der ein viel besserer Herr ist über mein Leben. Nämlich der, der mich geschaffen hat und der mich geliebt hat, der sein Leben für mich gegeben hat. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, das erherrscht sowohl über Tote als auch Überlebende. Und das bedeutet unsere Bekehrung. Wisst ihr, unsere Bekehrung ist nicht einfach nur, dass wir ja endlich unsere Sünden los geworden sind. Dass wir jetzt nicht mehr Angst haben müssen vom Tod, weil wir ewiges Leben haben. Ja, das ist alles wahr, ist alles richtig. Aber wenn wir ausklammern, dass unsere Bekehrung auch beinhaltet, dass wir einen Herrn haben, der Christus heißt und der regieren soll in unserem Leben, dann stimmt was nicht an dem Evangelium, was wir das steht das hier auch weiter unten in Vers 17 denn das Reich Gottes die Herrschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist denn wer in diesem dem Christus dient ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt also wodurch wirst du Gott wohlgefällig sein indem du Christus dienst indem du Christus gehorsam bist wie sagt Jesus viele werden kommen und sagen Herr Herr haben wir nicht in deinem Namen böse Dinge getan nein gute Dinge getan in deinem Namen haben wir Wunder getan aber Jesus wird sagen ich kenne euch nicht weicht von mir ihr Übeltäter warum weil weißt du es gibt eine Menge Dinge die gute Dinge die du tun kannst aber nicht alles was gut ist ist der Wille Gottes du siehst es an Jesus er war im Garten und er hat gerungen im Gebet gekämpft wogegen hat er gekämpft gegen die Versuchung und Anfechtung zur Sünde was wäre denn die Sünde gewesen Leben ist das Sünde nein für Jesus war es keine Sünde er war gerecht in allem er hatte nicht den Tod verdient das Leben wäre gerechtfertigt für ihn gewesen sein Wunsch leben zu wollen war keine Sünde an sich aber wisst ihr er wusste dass es Sünde war weil der Wille des Vaters etwas anderes war für uns zu sterben in den Tod zu gehen und so hatte er zwei Dinge zu wählen zwei das eine das Gute das Richtige das wahre das Leben aber Gott hatte gezeigt nein das ist mein Wille dass du stirbst dass du freiwillig in den Tod gehst und so hat er gerungen und gesagt Vater das Leben ist doch gut du hast es geschaffen ich will es nicht wegschmeißen ich will es nicht hergeben gibt es nicht einen anderen Weg die Menschheit zu erlösen die Menschheit zu retten aber wenn es keinen anderen Weg gibt dann will ich deinen Willen tun so sagt das in Matthäus sehen wir dass sein Gebet eine Entwicklung ist hin zu der klaren Sicht ja ich weiß doch dass es der Wille Gottes und dass es keinen anderen Weg gibt also geschehe dein Wille dein Wille geschehe so hat uns unser Christus unser König ist vorgelebt uns gezeigt was es heißt Gott regieren zu lassen Gott als Herrn anzunehmen ihm zu dienen bedeutet zu prüfen was der Wille Gottes ist und wenn wir erkannt haben was der Wille Gottes ist diesen Willen zu tun das heißt ihm zu dienen in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist Gerechtigkeit Gott zu dienen Christus zu dienen in Gerechtigkeit bedeutet ich brauche durch meinen Dienst durch mein Tun keine Gerechtigkeit zu erlangen sie ist mir schon geschenkt ich soll mir nicht Selbst Gerechtigkeit verschaffen weil wer sich Selbst Gerechtigkeit verschafft wird am Ende selbst gerecht die Gerechtigkeit ist dir geschenkt und dadurch weil du durch den Heiligen Geist Gerechtigkeit empfangen hast brauchst du nicht mehr nach Gerechtigkeit zu streben in deinem Tun in deinem Dienst sondern du dienst aus der Gerechtigkeit die dir geschenkt ist du dienst im Frieden des Heiligen Geistes weil durch Jesus Christus du Frieden mit Gott hast du musst durch deinen Dienst durch dein Tun nicht Frieden erlangen mit Gott sondern du dienst aus dem Frieden den Gott dir durch Christus geschenkt hat im Heiligen Geist der Dienst an Christus ist kein frommes Streben um etwas zu sein um etwas zu erlangen sondern aus der Fülle die du empfangen hast dienst du Christus und Freude im Heiligen Geist Gott zu dienen ist Freude und Gott will nur einen fröhlichen Geber er möchte keinen Miese Beter haben der ihm dient wenn du keine Freiheit keine Freude im Heiligen Geist hast dann lass es mit dem Dienst dann kehre um zu Christus und lass dich neu beschenken von dieser Gerechtigkeit von dem Frieden von der Freude des Heiligen Geistes so wirst du ein gottwohl gefälliger Diener Christi sein und du wirst auch den Menschen bewährt erscheinen Menschen werden dich als einen Diener Gottes erkennen und sie werden das anerkennen selbst Gegner müssen das dann neidlos anerkennen ja das ist wirklich jemand auf den man sich verlassen kann das ist jemand der ist treu das ist jemand der ist aufrichtig das ist jemand der zu seinem Wort steht das ist jemand der Liebe übt der gütig ist der freundlich ist das müssen die dann neidlos anerkennen die können dann zwar trotzdem noch irgendwie alles mögliche versuchen um uns eins auszuwischen aber am Ende müssen sie das neidlos anerkennen dass wir Gottes Diener sind wir gehen zurück hier in 2. Mose 23 ah es ist ja schon so spät tja ok dann ist das so dann bleibt das jetzt so wir gehen wir schließen ab mit Joshua Joshua 24 Als Joshua dann das Volk in das neue Land hineingeführt hat und sie tatsächlich dieses Land eingenommen haben mit Gottes Hilfe Gottes Kraft Gottes Vollmacht da hat Joshua nochmal das Volk versammelt und dann hat er in Joshua 24 sagt er legt er ihnen nochmal die Entscheidung vor Vers 14 so fürchtet nun den Herrn habt ihr Furcht vor dem Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn ist es aber übel in euren Augen dem Herrn zu dienen dann erwählt euch heute wem ihr dienen wollt entweder den Göttern denen eure Väter gedient haben als sie noch jenseits des Stromes waren oder den Göttern der Amoriter in deren Land ihr wohnt krass wie weit Gott hier geht durch Joshua Vorher hat hat gesagt durch Mose dient diesen Göttern nicht aber jetzt wo sie in diesem Land sind sagt Joshua zu ihm okay jetzt haben wir diese Reife im Herrn erlangt jetzt haben wir den Kampf gewonnen jetzt hast du nochmal die Entscheidung willst du zurück in die Sklaverei die Sklaverei der Lüste und Begierden die Sklaverei Satans oder willst du ein freies Leben als Kind Gottes Leben als Diener Gottes Joshua sagt ihr könnt wählen was ihr wollt ich aber um mein Haus wir wollen dem Herrn dienen I have decided to follow Jesus no turning back wenn andere nicht mit gehen ich gehe ich bleibe ihr könnt machen was ihr wollt aber ich mein Haus meine Familie wir wollen dem Herrn dienen